So, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, ich begrüße alle ganz herzlich zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB. Heute ist Freitag, der 20. Oktober 2023 und gemeinsam wollen wir uns einen Blick gönnen auf die aktuellen Entwicklungen, die wir zu sehen bekommen, sei es im DAX, sei es auch in den US-Equities an der Wall Street und einen Blick gönnen uns auch auf Gold. Wir sehen weitere Aufschläge auf der Oberseite. Unfassbar möchte ich fast schon sagen, wenn man sich mal vor Augen führt, dass wir vor zwei Wochen noch auf die Non-Farm Payrolls kurz flaschten, Richtung 1800 ungefähr unterwegs waren, infolge der angezogenen Zinsen. Da hat sich die Situation unwesentlich entspannt. Dann das Gap Up durch die Eskalation im Nahen Osten, im Gazastreifen und jetzt machen wir uns auf, auf die 2000-Dollar-Marke handeln im Bereich um 1980 US-Dollar pro Feinunze. Meiner Einschätzung nach nicht nur Zeichen, dass es hier offensichtlich eine Risk-Off-Tendenz im Markt gibt, sondern darüber hinausgehend haben wir auch ein ganz klares Signal in die Richtung, dass hier der US-Dollar offensichtlich unter Beschuss steht, also wirklich attackiert wird und dass sich eigentlich nur die Frage der Zeit zu stellen scheint, wann die FED geldpolitisch expansiver wird agieren. In wenigen Sekunden werden wir einen Weg werfen auf die Details, bevor wir ganz offiziell starten. Der Blick auf den Risikohinweis. Also Devisen und CFD sind komplexe Handelsinstrumente. Die werden auf Margin getradet. Gehen mit dem hohen Risiko anher, schnell Geld zu verlieren. Denn ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle man bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen. Von einem unabhängigen Finanzberater lade sich dann auf xtb.com.de kostenlos eine Demo herunter, teste den anderen Risikofrei und schaue, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet. Und sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu öffnen. Diesbezüglich alle Informationen, vollständige Risikohinweise, findet ihr auf xtb.com.de. Kontaktdetails folgen gleich. In eigener Sache ganz kurz der Hinweis. Bitte nichts in den folgenden Minuten hier als Anlageempfehlung missverstehen. Es handelt sich um ein rein edukatives, rein informatives Event. Ich stelle meine Gedanken zur Verfügung. Ihr könnt gerne eure Fragen stellen innerhalb der Kommentarfunktion unterhalb des Videos, wenn ihr welche haben solltet. Aber bitte, wie gesagt, nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Es ist rein edukativ, rein informativ. Hier die versprochenen Kontaktdetails, Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse. Kontaktiert gerne den Support hier im Berliner Büro von xtb. Wenn ihr Fragen habt, Kontoeröffnung, Download der Plattform, Einrichten der Plattform und so weiter und so weiter. Der Support, der steht euch dort gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. Hier einmal die Gründe, die dazu geführt haben dürften, dass CFD, das xtb zum Besten. CFD Brokers Jahr 2023 von Brokerball ausgezeichnet wurde. Und im Zusammenhang hier sicherlich auch ein Grund, die X-Station als möglicher Grund, auf die wir jetzt einen Blick werfen wollen und wo wir erstmal den DAX hier haben, kurz auf der Stundenbasis übergeordnet mit dem aktuellen Kursverlauf. Wir sehen jetzt hier, wir kommen rein in den freitäglichen Handel, brechen unterhalb des 15.000er Level hier in der DAX-Indikation, CFD-Indikation auf den Future. Deswegen gibt es hier eine Diskrepanz in Anführungsstrichen oder einen Unterschied. Wer sich den CashDAX anschaut, der wird da eventuell die aktuellen Notierung rund um 14.800 Punkte sehen. Wer sich also wundert, wo kommt das her? Das hat damit zu tun, dass XTB eben hier mit dem DAX direkt auf den Future referenziert. Und wie gesagt, wir droppen jetzt unter die 15.000er Marke. Nach dem sehr, sehr harten Abprall gegen die Region um 15.300, 15.400 Punkte auf der Oberseite, hatten gestern hier Schwierigkeiten, diesen Bereich zurückzuerobern, um die Tiefs, die wir im Oktober, Anfang Oktober ausgebildet hatten und sehen jetzt einen signifikanten Break tiefer mit auch entsprechender Bearishness in den Wochenschluss hinein. Und ja, die Frage, die sich so ein bisschen aufdrängte, dürfte wahrscheinlich sein, zum einen, wann sind die Tiefs erreicht? Dürfen wir damit überhaupt rechnen? Beziehungsweise in dem Zusammenhang, wie könnte im Zusammenhang sich auch hier der Handel an der Wall Street dann entsprechend auf den DAX auswirken? Ganz kurz eine mögliche Support-Region, die ich reinkommen sehe. Die habe ich gerade den XTB-Kunden hier im Live-Event präsentiert. Ich könnte mir vorstellen, dass wir wirklich diesen Bereich hier um die März-Tiefs, rund um diese kleine Mini-Banken-Krise in den USA anlaufen. Das ist Bereich 14.5, 14.6, 14.7, so ungefähr diese Gefilde, die wir uns hier ausmachen könnten. Was bedeutet, dass wir für einen Intraday-Trend auf der Unterseite eventuell ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis vorfinden. Seitens der US-Märkte bin ich weiterhin hin- und hergerissen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde es immer noch eine erstaunlich starke Darstellung, die wir zu sehen bekommen im S&P, aber auch im Nasdaq an dieser Stelle. Nicht, dass ich die gerade long sein wollte, jetzt erst recht nicht im derzeitigen Umfeld. Vor dem Hintergrund, hier haben wir den SPYDER, das ist der ETF auf den S&P 500, den ich heranziehe, weil wir hier die reine Kasse abgebildet haben mit der 5-Tage-Linie. Wir handeln deutlich drunter. Wir sind jetzt hier, haben diese Daten in Anführungsstrichen verloren, diese kurze Rallye begünstigt oder beziehungsweise resultierend aus den Non-Farm-Payrolls. Und dadurch sehen wir jetzt auch eine deutlich fallende Tendenz, sowohl im SPYDER als eben auch hier in den Queues im Hinblick eben auf diesen gleitenden Durchschnitt. Unterhalb willst du nicht long sein, da willst du dich eher zurückhalten. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns den Daily anschauen, jetzt im S&P zurückkommt hier, dann sehen wir, wir halten bis dato jedenfalls oberhalb dieser Tiefs, also das heißt oberhalb der Oktober-Tiefs. Und mal schauen, wie sich jetzt die europäischen Indizes weiter darstellen. Die relative Schwäche im DAX ist unverkennbar, ganz klar ausmachbar. Aber wir werden sehen, ob wir hier weitere Dynamik aufnehmen. Ich will vor dem Hintergrund des derzeitigen Momentums auch nicht long sein. Das, wie gesagt, wird klar durch die 5-Tage-Linie. Das gilt für den S&P, das gilt eben auch für den Nasdaq. Aber nichtsdestotrotz, die Zeichen verdichten sich, dass die FED fertig ist mit einem weiterer geldpolitisch restriktiven Kurs. Ich bin erstaunt vor dem Hintergrund der aktuellen Zinsentwicklungen, die wir zu sehen bekommen haben. Vielleicht hat der ein oder andere gestern über soziale Medien mitbekommen, dass Jay Powell eine Rede gehalten hat. Das ist die letzte jetzt vor der dann Zinssitzung, die am 1. November stattfindet. Und zwar, es gibt ja diese Blackout-Period, innerhalb derer dann die FED-Offiziellen keine Interviews mehr geben dürfen. Wie gesagt, gestern war die letzte Möglichkeit. Und Powell hat sich dort auf einem Event eben geäußert, im Hinblick auf den geldpolitischen Kurs seitens der US-Notenbank. Da kam jetzt nichts wirklich Neues bei heraus. Das, was herausragend war, das war, glaube ich, in New York. Was herausragend war, war eben, dass wieder irgendwelche Kleber-Heinis dachten, sie müssten da in irgendeiner Form aufmucken und das Event eben tatsächlich stören. Wollten sie sich festkleben? Keine Ahnung. Vielleicht haben sie auch nur ein paar Plakate hoch. Ich habe es nicht mitverfolgt. Ich habe nur gesehen. Dadurch ist es nochmal in meine Timeline gelaufen, weil sonst auch die Price-Action sich nicht groß anders dargestellt hat oder dergleichen, dass da wohl irgendein Zwischenfall gewesen ist. Fakt ist auf jeden Fall, das, was geblieben ist, das habe ich hier schon mal vorbereitet mit einem Tweet, war eine Aussage, angefangen von Live Squawk. Und zwar, dass der FED-Vorsitzende Powell wohl gesagt hat, dass die aktuellen Entwicklungen im Bondmarkt mit den anziehenden Zinsen, also die höheren Anleiherenditen, eine ganz natürliche Straffung eben bedeuten und zumindest die Notwendigkeit einer Straffung durch die FED verringern könnten. Also übersetzt, das ist das, was er gesagt hat. Das bedeutet im Erkern nichts anderes als, wir sind eigentlich fertig. Also wir sehen keine Notwendigkeit, den Leitzens weiter anzuheben, auch vielleicht vor dem Hintergrund dann natürlich der aktuellen Entwicklung. Janet Yellen zum Beispiel sagte ja jüngst, dass die USA sich zwei Kriege leisten können. Es wird man sich wundern, die USA sind im Krieg. Ja, sind sie offensichtlich in der Ukraine. Sie sehen sich im Krieg und auch im Nahen Osten. Und das bedeutet etwas anders formuliert, dass man hier sich einen weiterer restriktiven geldpolitischen Kurs aus der Warte eigentlich kaum wird leisten können, was wiederum dann erklären dürfte. Und da kommt dann der Gedanke zu Gold. Was erklären dürfte, wo dieser parabolische Kursanstieg in Gold herrührt? Das ist nicht nur Risk-Off, was wir hier sehen, und eine Absicherung seitens des Marktes, sondern auch das Antizipieren des Unausweichlichen, nämlich dass die US-Notenbank früher oder später geldpolitisch wird lockerer agieren müssen. Nicht, dass ich jetzt hier in diesen Gefilden mich aktuell long positionieren wollte. Wir sehen starke Widerstandsregionen. Ich erinnere mich, das hatten wir mal im Juli auch hier zum Thema gemacht. Diesen Widerstandsbereich sind dann ja sehr, sehr hart abgeprallt und jetzt in der Zwischenzeit eben durch die Zinsentwicklungen Anfang des Monats Oktober unter 1900 US-Dollar gefallen. Aber es ist zumindest einmal so, dass ich mir vorstellen kann, dass dieser überdehnte Modus, und das ist hier die Skizze aus dem Event mit den XDB-Kunden, dass dieser Modus sich konsolidierend eben darstellt gegen diese Hochs, dass wir eventuell so eine steigende Dreieckstruktur heraus sich kristallisieren sehen. Das jetzt einige Zeit dauert, also einige Zeit bedeutet eine Woche mindestens, vielleicht zwei Wochen müssen wir mal abwarten, vielleicht bis zur FED, dann die findet ja statt, die FED-Leitzinsentscheidung am 1. November. Vielleicht gibt es dort weniger die Leitzinsentscheidung, die eine Rolle spielt, sondern mehr eine deutlichere Rhetorik, die dann eventuell für einen Breakout hier und eine Rückeraubung der 2000-Dollar-Marke in Gold führt. Auf jeden Fall, ich würde vor dem Hintergrund des überdehnten Modus ungern long sein wollen, aber sollten wir jetzt gegen diesen Bereich konsolidieren, eng konsolidieren und zunehmend eine Tendenz steigender Tiefs ausbilden, dann könnte ich mir vorstellen, aus solch einem dann resultierenden steigenden Dreiecken Long Trade auf den Weg zu bringen, mit dem Ziel nicht nur, dass es so eine Attacke auf die 2000 kommt, sondern dass das dann der Wegbereiter wirklich ist für Gold in Richtung der Allzeithochs und Höher, in Erwartung eines geldpolitisch lockereren Kurses, der sich dann über das Jahr 2024 wenigstens in der Rhetorik widerspiegelt. Dahingehend nämlich, dass man dann in Aussicht stellt, Zinssenkungen werden zeitnah nötig werden, auch um die aktuellen Entwicklungen, die Attacken oder militärischen Bemühungen, um in irgendeiner Form terroristischer Attacken Herr zu werden, um diese eben finanzieren zu können. Und das gemeinhin ist bekannt, ein stark bullischer Treiber für Gold zu sein. Dann blicke man einfach mal zurück über die letzten 20 Jahre, schaue sich an, wie Zinssenkungszyklen sich auf den Goldpreis ausgewirkt haben. Und dann wird man erstaunt feststellen, dass Verdoppelungen bis Verdreifachungen des Goldpreises innerhalb der nächsten 5 bis 6 Jahre die Konsequenz waren. Vor dem Hintergrund, dass wir die höchsten Zinsniveaus seit 2007 sehen, aktuell seit Anfang eigentlich dieses Jahrtausends, muss man an dieser Stelle ganz konkret sagen, haben wir eine erhöhte Chance, dass es zu einem weiteren scharfen Kursanstieg in Gold kommt. Und wie gesagt, das könnte jetzt vielleicht die Initialzündung sein. Warten wir mal ab, wie wir uns jetzt hier verweilend zeigen, knapp unterhalb von 2.000 Dollar. Aber ich denke, ein bullischer Breakout, der dürfte uns in den Jahreschluss hier mit einer Eroberung der 2.000 Dollar Marke durchaus noch realistisch ins Haus stehen. Und soweit meinerseits. Happy Trading! Habt ein schönes Wochenende. Nächste Woche hören wir uns nicht. Ich bin ab dem 30.10. dann wieder da. Und ihr kriegt kurze Videos. Würde mich freuen, wenn ihr euch die dann auch natürlich anschaut. Lasst gerne ein Like hier, wenn euch das Video gefallen hat. Wie gesagt, erfolgreiches Wochenende, erfolgreiche nächste Handelswoche. Happy Trading! Passt auf, ich stopse auf, am 30.10. wieder. Ich freue mich. Bis dann. Und tschüss.